Ich sitz in ne Hecke, beobachte sie aus der Hecke. Ich hab einen Notizzettel im Aktenordner eingeheftet. In der Raum geht das Licht an, dunkle Schatten hinter der Fensterbank. Ich hol das Stethoskop an das Fenster, ich kann hören, was nur Agenten. Heulen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Heulen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Erstmal eine Rauch, dann nehm ich die Bumme. Ich dreh den Scheidern fern, ich setz den Helm auf. Ich klopfe mit der linken Hand ans Fenster, wie man guckt aus dem Fenster. Ich klopf nochmal, jetzt sieht er meine Hand. Heulen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Heulen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Er sagt, wir haben noch 30 Euro in der Kaffeekasse. Sollen wir die rausgeben? Ich schieß in die Decke. Ich nehm die 30 Euro durch das Fenster und kletter durchs Gebüsch. in mein BMW und fahr' zu meiner Familie nach Hause. Heulen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Heulen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Die Polizisten schließen das Fenster und verarbeiten den Vorgang. Malen den Tatvorgang mit einem Marker auf die Tafel. Noch haben sie nicht kapiert, dass sich ein von ihnen... Heulen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Plötzlich hör' ich drinnen 30 Kaffeetassen runterfallen. Heulen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Heulen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Bullen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Bullen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Bullen, wachen, nachts um drei, alle trinken Kaffee. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!